Hey, 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 mach, 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 mach ein Foto. Ja, wer ist denn das jetzt alles? Mein Vater, meine Mama, mein Steven und das bin ich. Und kriegt Steven auch noch Haare? Ja, hier sind Haare, hier sind Haare, hier sind Haare, hier sind Haare. Nimm nochmal den kleinen Stift und mal damit für Steven das Gesicht. Mit den kleinen. Wie wir dich gemalt haben. Jetzt mach ich es erst weg. Ist alles weg? Oh nein, das schöne Bild. Ich geh es so mal wie es war mit dem Pen. Okay. Das bin erst ich. Mit Arme. Und mit noch einem Arm. Und ein Auge. Und ein Auge. Und einen Mund. Und Haare. Und Haare. Das ist wo mein Papa meine Haare geschneidet hat. Okay. Und das muss mein Steven sein. Das ist wo mein Papa. Und noch ein Mund. Und Beine. und was von Mama und was von Mama und was von Bist du das und Steven? Ja und das muss du mit einem Kopf und wo ist Papa? Er kann ein bisschen das sein. Ist er kleiner als du, der Papa? Ja, er hat eine Hose und einen Kopf das ist wie ein Großmann und das ist wo Hat Papa so einen dicken Bauch? Ja und wo er noch ein paar Beine hatte Das ist wo Papa beim Baby war Oh geil Danke Sammy Das ist ganz toll das Bild Dankeschön Das ist ein bisschen